Mein größter Fehler war, dass ich am Anfang nicht mutig genug gewesen bin und ich hätte offensiver das voranbringen können, was ich eigentlich machen wollte. Ich denke, alle Fehler bringen etwas. Auch diese Zeit der Verzögerung hat mir doch einiges beigebracht und da habe ich eine ganze Menge trotz allem gelernt. Also von Fehlern immer so zu sprechen, das bevorzuge ich nicht. Ich bin immer der Meinung, das sind Erfahrungen, die man sammelt und die sind immer für irgendwas gut.